Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Gafabok anzunehmen bei Kowun in den Grizzly Hügel an dieser Position. Vor Quest war in die Bresche springen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter der fliegen kann, aber keine Sorge, ihr verpasst nichts. Ich zeige euch wie ihr zu diesem Gafabok kommt ohne fliegen. Einfach indem ich die Wege abfliege, die ihr auch am Boden bestreiten könnt. Macht es Sinn? Ich glaube schon. Nun geht es hier entlang. Und jetzt einfach diesem Weg folgen. Hier nach links abbiegen und dann nochmals nach links. Und dann geht es so weiter bis zur Küste. Ich nehme mal kurz ein Schluck Wasser. Ist ziemlich heiß. Den Elite Mobs könnt ihr natürlich ausweichen. So, dann geht es hier entlang. Und hier habe ich den Vorteil durch das Fliegen, dass ich einfach übers Wasser fliegen kann. Das Ganze sieht sehr gut aus. Schön. Quest ist dann abzugeben bei Gafabok in den Grizzly Hügel an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.